Hallo liebe Freunde des Bauens. Die Relevanz virtuell vorgetragener Fachinformationen hat im vergangenen Jahr stark zugenommen. Wir haben uns daher entschieden vom 26. bis zum 28. Januar 2022 unsere erste digitale Betonfachmesse mit begleitenden Fachvorträgen stattfinden zu lassen. Wir beschäftigen uns an drei Tagen mit verschiedenen Themen rund um den Baustoff Beton. Am ersten Tag geht es um Betontechnologie, Sichtbeton, WU-Beton und Zementestriche. Am zweiten Tag sprechen wir über innovative Betonlösungen wie 3D-Druck, Infralaichbeton und Carbonbeton. Den gesamten dritten Tag widmen wir dem Thema nachhaltiges Bauen mit Beton. Wie kann CO2 vermieden werden? Wie kann die Zement- und Betonindustrie den Ausstoß von CO2 verringern? Und welche Rolle spielt Beton in der Kreislaufwirtschaft? Im Rahmen der virtuellen Messe stellen Ihnen unsere Branchenpartner aus der Zement- und Betonindustrie ihre Produkte und ihre Innovationen vor. Zusätzlich veranstaltet die Gütegemeinschaft für Bodenverfestigung und Bodenverbesserung im Rahmen unserer Webmesse ihre 14. Fachtagung. Wir alle freuen uns auf Sie. Weitere Informationen finden Sie unter www.beton-webmesse.de www.beton-webmesse.de